So, selbes Willkommen zurück bei PLANET ZEI 2. Ich habe da gerade zwar ganz ein bisschen gespielt, aber da ist nichts passiert. Irgendwo da, wo ist der Sonderer? Da sieht kein Sonderer an. Irgendwo da ist der Sonderer. Irgendwo da ist der Sonderer an. Fahrzeuger, kein Fahrzeug. Fahrzeuger. Woher schießt er? Lass ihn auf mich schießen. Komm, schieß auf mich! Nicht du! Das angenehm ist, wenn sie auf mich schießen, fliegen die ganzen Kollegen, alle anderen Flieger in diese Richtung. Das heißt, derjenige hat dann ein Problem. von dem Berg da drüben. Alter, es ruckelt. Es ruckelt. Aber wie? Nicht mal beim Bi... Oh, warte! Dankeschön. Oh! Danke dir. Oh. Okay, da drüben ruckelt es. Warum auch immer. Okay. Hab ich selber Reparatur? Jo, ich hab Reparatur. Ja, jetzt explodiert's. Beide Raketen sind wir noch gekommen. Einer ist gegen den Berg. Einer ist noch eingeschlagen und der ist WURKELT. Deshalb machen wir auf den Schuh auch nicht mehr. Oh, der ist leider schon da. Hit and run! Fahrzeuge auf dieser Seite sind kein... Ach, da hinten! Alter, warum ruckelt's da so brutal da drüben? Da ruckelt's extremst! Was ist denn da? Schießen sie da mit der Leisure, denn die Leisure verursacht sehr... Zumindest bei mir... Ähm... Legspikes. Nicht durchgehende Legs, sondern... Ja, da ruckelt sich wirklich da hier. Wenn ihr nur 30 FPS zuhieretet... Das gibt's doch nicht! Das geht doch nicht zu spielen! 20! 30! Haha! WTF! Wo sind meine FPS hin? Jetzt wieder 40! Wo hat die 60? Also wo sind meine FPS? Was ist denn hier drüben los? Das muss ich nicht genauer betrachten... Nehmen wir's ja so... Da drüben sind die Reinde, da will irgendwas markieren, irgendwas markieren... Denn besser als wie in Battlefield, in Battlefield 5 kann man ja nicht mal markieren, sonst... Obwohl man das auch immer weggetan hat... 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 Obwohl es ja auch immer realistischer ist... Aber ja... In Real-Life-Sorge... Äh... Feind da drüben... Äh... Mh... Also... Von Realismus kann man hier nichts sprechen... Besonders von Battlefield 5 ist ja... Gar nicht realistisch... Sogar Planetseid hier realistischer als... Was ist denn? Ach ja... Da ist ja irgendwann so ein Event... Genau... Habe ich nicht mal versucht... Haha... Äh... Ich weiss nicht was das heisst... Aber ich vermute... Ich... Äh... Ich habe... Einen... Elb genutzt... Den ich durchgehend im Jahr nutze... Also ich habe immer die... Elevienhüte auf... Denn... Die Schauung einfach sieht besser aus als der Rest... Warum laufen immer Kollegen weg... Warum? Haha... Gut... Die hätten deswegen trotzdem nicht gekillt... Aber trotzdem... Als wenn er einschlägt... Die Leiche fliegt noch... Die Leiche fliegt noch... Ich habe nicht da lange Zeit... Lande! Okay... Ah Scheisse... Haha... Er hat nicht mal rechtzeitig gelandet... Verdammt... Haha... Okay... Ja... Irgendwas... Warte mal... Event... Äh... Das ist mal neu... Äh... Event... Halloween... Warte mal... Gibt es zwei Halloween? Wie in Not... Geisterstunde... Was zum Teufel ist denn das jetzt? Es gibt zwei? Äh... Ist das vielleicht von Licht dieses Jahr... Und das ist von dieses Jahr? Ich weiß es nicht... Keine Ahnung... Äh... Das könnte von Licht... Ich habe diese Waffe schon... Warum? Ich habe... Die... Die Waffe schon... Und die Waffe war mir nicht... Äh... Nicht wert... Deswegen habe ich nicht weiter das hier gemacht... Also müsste das... Hä? Warum sind zwei... EGAL! Kann man doppelt so viel vielleicht... Ich habe keinen Plan... Hahaha... Jetzt muss ich mal... Äh... Reinlesen... Was wird die zwei... Wahrscheinlich ist ein Bug... Wahrscheinlich wollen sie... Die... Wenn ich die Einzelne drin lassen... Äh... Ja, wenn es da unten nicht so ruckeln würde... Jetzt habe ich wieder 50 FPS... Jetzt geht's auf einmal... Jetzt haben wir wieder 30... Jetzt schaue ich weg... 50... 30... 50... Also da ist schön... Da lang darf ich nicht schauen... Oder was? Genau, wo die Feinde sein... So... Ja, ich kann doch nicht hinschauen... Wo es lag... Denn mit 30 FPS... Kann man doch nicht spielen... Okay... Ich muss eine andere... Ich muss eine andere... Besuchen... Denn da kann ich tatsächlich nicht spielen... Nein, tut mir leid... Ich kann nicht... Äh... Ich bin ja beim Trupper dabei... Okay... Wir gehen da also da unten lang... Haha... Wirklich... Wenn ich weg schaue... Super... Alles läuft... Äh... Also knapp unter 60... Also... 50 plus... Und kaum schaue ich hin... Äh... Geht's nicht mehr... Ich treffe nichts... Aber ich habe eine Waffe... Die es schnell schießen kann... Also... Und viel Munition hat... Ich muss nur da rüberkommen... Ich muss nur da rüberkommen... Nein... Ich muss nur da rüberkommen... Nein... Nein... Da stehen... Die können ja auf meine Füße schießen... Das ist vielleicht eine Blüteidee gewesen... Besonders weil drei plötzlich waren... Ich habe noch versucht wegzulaufen... Aber... Da drinnen wären Sanitäter... Aber die sind oben... Ich will eigentlich eh nicht... Sanitäter bin ich eh eigentlich... So extrem selten... Im nächsten Mal sterbe... Dann nehme ich Sanitäter... Den Sanitäter... Oh... Nein... Oh... Nein... Der Idiot hat den geschoben... Jetzt... Da ist noch eine... Ah... Die... Die ist aber down... Ah... Okay... Ich habe eine Deku... Ich habe keine Deku... Hahaha... Kommen die oben rein? Ne... Hm... Schöne Granate... Also eine Granate da hinwerfen... Wo niemand ernst ist vielleicht... Nicht so gute Idee... Und gleich kommen sie sicher zu dritt oder zu viert, oder? Ne... Hm... Da komme ich nicht... Okay... Dann bin ich in die... Wie ist gekommen... Ohne dass hier wer da war... Da ist doch wer... Oben oder was? Ja... Anscheinend... Ist... Ist oben... Ah... Die haben oben eine Spawnmöglichkeit... Ah... Ich jetzt... Merken... Was... Doof sein... Okay... Ah... Hängenbleiben... Uh... Das heißt... Die haben da oben einen... Schon... Teil... Und die kommen immer hierher... Und hierher... Und hierher... Damage machen... Und runter... Yeah... Belebt mich unten... Ist meine Leiche unten... Oder... Ist sie noch oben... Die haben also da oben... Okay... Ja... Eigentlich können sie da oben drin bleiben... Wir greifen einfach den nächsten Besen an... Ich bin eh unten... Gell... Ja... Ich bin unten... Nein... Ich will nicht rauf... Haha... Warum? Der zwingt mich rauf zu gehen... Ich will nicht rauf... Das... Das... Okay... Sanitäter... Schnell bevor mir jemand auf die Idee kommt... Mich zu heilen... Der Lift zwingt... Ich hab diese Waffe... Gut... Ich mach's mit der Waffe... Aber... Das wird... Schwierig... Als Sanitäter... Ich hab's nicht geführt... Eheh... Der Flieger ist auch noch da... Hm... Okay... Ah... Da war er ja... Ich mach's schönes Damage... Den ich treffen würde... Hm... Ich hab wirklich... Oh... Deshalb hab ich hier die Schnelle drin... Okay... Gut... Das... Damit ich auch in der Nähe was machen kann... Ach nee... Da ist ein... Schau in die andere Richtung... Ach... Bist du einer... Pfff... Da war ein Harris auf der Seite... Er als... Leichte... Hätte ihn... Vernichten können... Und was tut er? Der schaut mich blöd an... Wir sind dabei zu verlieren... Gossen wir dich! Da ist ja niemand mehr drin... Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert... Ich wollte... Ich wollte dass er um die Ecke kommt und selber zerfriert noch... Weil... Hat nicht funktioniert... Wir müssen tatsächlich hier angreifen, nicht da hinten bleiben... Ähm... Aber der Sandler ist blöd... Da habe ich noch nie gekämpft... Auf dieser Seite von... Von der Base... Deswegen probieren wir es... No Scope! Ja... Die Waffe ist tatsächlich nicht... Wahrscheinlich für die Base gebaut... Aber es ist auch eine schöne Herausforderung... Wahrscheinlich brauche ich Kill mit der Waffe... Und deswegen ist sie drin... Vermutlich... Denn ansonsten habe ich hier immer die Waffe mit dem Rauchwerfer drin... Weil man dann als Sanitäter auch taktisch... Spielen kann... Nur mal nerven... Der braucht nicht mal sterben... Der muss nur hier hinten drin bleiben... Nicht vorne... Ja, der ist schon mal gestürmt worden... Ich bräuchte... Das ist das Problem, dass hier hinten kein Kollege ist... Ein Kollege müsste hier hingehen... Hier zu sichern... Denn ich fühle mich... Absolut... Nicht sicher... Oh... Ihr wollt nicht runter... Ja... Ach... Nö... Da oben ist er... Der hat er umsonst aufgestellt... Ich habe aber eine Retzgranate... Hat die auch... Ich wollte euch werfen... Aber ich habe ihn... Oder... Den anderen werfen sehen... Deswegen... Ist der oben? Wahrscheinlich... Okay... Ich habe wirklich die falsche Waffe für diese Base... Aber wie gesagt... Das ist eine... Gute Herausforderung... Muss halt schnell reagieren... Das was ich... Also... Nicht kann... Ach so kann ich das üben... Wir müssen Distanz aufbauen... Damit ich die Waffe auch... Richtig nutzen kann... Das ist wieder blöd... Aber... Da ist ja niemand drin... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah... Das ist ja völlig... Haha... Der hätte ein paar Chancen gehabt... Mich zu killen... Hat er nicht... Deshalb... Bleibe ich auch draußen... Ah... Der wurde gehackt... Der ist ja tot... Komm runter... Ich dachte ich könnte ihn überraschen... Aber nö... Boah sind die Leichen... Jetzt kommen sie von da... Jetzt wo ich keine Deckung mehr brauche... Gut... Wir gehen trotzdem von der Seite wieder... Ähm... Das ist schlimm... Kann ich auch nicht immer spotten... Kann ich auch nicht immer spotten... Da gibt es einfach zu viele Ebenen... Spotten... Hm... Da ist was... Einfach immer hinschießen... Magieren... Spotten... 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 Und hinschießen... Denn er ist ja gespottet... Oh... Nicht stehen bleiben in dem Spiel... Das ist eine... Blöd... Blödne... Idee... Natürlich... Natürlich... Oh... Oh... Dahinten kommt ein Panzer... Ich rette euch... Äh... Nein... Äh... Äh... Ja... Man sollte echt den Down schießen... Warte... Da ist ja ein Baum... Ich hab hier auch vergessen... Und vor... Was sind aber jetzt viele Feinde... Ein Doom... Da drüben ist ein Feind... Da ist ein Feind... Da ist ein Feind... Da ist ein Feind... Und ein Idiot... Versucht mich wieder zu beleben... Okay... Wir sollten... So... Ich glaube da... Da müsste der Rauchwerfer jetzt drüben sein... Was? Ja... Da ist der Rauchwerfer drin... Wuuu... Nein... Was ist das denn? Natürlich... Wenn man einen Rauchwerfer hat... Dann... Muss man auch so einen Visiert abhaken... Und... Durchschießen zu können... Der Panzer steht aber schlecht... Der müsste weiter hinten stehen... Voll drauf pfeffern... Yeah... Wir haben den... Uh... Gerade nach... Feuer frei! Oh... Der Doom... Natürlich... Hallo... Ich hab noch Rauchgemer... Ich hab noch Rauchgemer... Genau... Gelebt alle wieder... Wie Zombies... Bis euer Halloween... Also... Zombie Apokalypse... Also... Niemand hier... Warte... Das kann ich doch auch... Äh... Wo ist da die Tür? Da ist die Tür... Also... Ich geh nach dem Lichter... Nein... Wie zum Teufel hat der mich da getroffen? Wie? Hat der wirklich da so knapp reingeschossen oder was? Wow... Nicer Schuss... Haha... Hm... 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 Ich hab ja auch Z4... Er braucht Munition... Die Max... Also... Die hat nicht mehr viel... Ja, das haben wir nicht. Wir haben den Filmbonus. Und zu dem müssen wir reinkommen! Das ist nicht Lenkgranate. Die stehen noch genug. Die stehen noch genug. Sanitita! Sanitita! Boah, die haben oben den Raum. Also die Base haben wir zumindest hier verloren. Ja, wir bräuchten da unten einen Sanerraum. Ja, das ist ein Schlech... Schlech, da kann man nicht positionieren. Denn das ist wie ein Nadelöhr. Da hinten rauf bin ich tatsächlich nie gegangen. Aber das ist ein Nadelöhr, das. Nö! Was haben die denn da gemacht? Die könnten eigentlich uns abwarten. Warte! Wir gehen aus dem Trupp. Denn der Trupp ist ja nur unten. Genau, wir suchen uns einen schönen Trupp. Continental, Platoon. Es gibt keinen Platoon. Wir haben keinen Plan. Was ist die Entfernung? 3000. So weit wie möglich weg. Ah, der ist da drüben. Kann ich die Punkte noch mitnehmen? Oh ne, wenn das nicht so lange laden würde. Ne, kann ich nicht mehr mitnehmen. Der lade doppelt! Das lass! Doch, ich kann noch mitnehmen. Ich brauche nicht drüber laufen. Gut. Er zählt also schon hier. Ja, ich nehme die Punkte noch schnell mit. Hui! Hm, leicht. Vielleicht wird er verletzt. Er macht sich nicht unsichtbar. Ansonsten sollte man nicht bei einem Spion das aufstellen. Denn der leuchtet dann wie ein Glühwürmchen. Wenn er sich unsichtbar macht. Tu den Laser weg! Okay, danke. Nice, das Versteck. Nice! Hahaha. Äh. Der ist ja nicht mehr da. Ah. Oh Gott. Hahaha. Okay, wir haben die Punkte mitgenommen. Wir gehen jetzt rüber wo sie sind. Vielleicht können die Teamplay... ...spielen. So, mal schauen. Oh ne. Hahaha. Die Punkte sind ja auch schon weg. Ähm. Aber die Päts können wir auch noch ausräumen. Wenn wir spawnen können. Nein, wir können nicht spawnen. Ähm. Wahrscheinlich greifen wir auch da an. Deswegen spawnen wir bei den Sanderer, bevor wir nicht mehr spawnen darf. Denn wir gehen ja sowieso da rüber. Der traut sich da drüben. Mal sparten. Hahaha. Das kann ich ja bei Battlefield nicht. Was? Mehr. Oh. Ich wollte es so reparieren, als nicht mit der Reparaturgranate. Denn die Reparaturgranate hätte noch länger gedauert. Nein. Was ist das für ein Vollidiot? Die müssen eigentlich meine Panzerminni jetzt nehmen und den in die Luft springen. Das kann ich nicht. Ein Panzer brauchen nicht um einen Baum in Deckung. Oh. Oh. Hahaha. Ich laufe eigentlich immer hinten rauf. Denn da ist sicher, da wird man nicht beschossen. Aber... Ja. Das sind die meine Max-Nieder-Sie. Komm Max. Geh vor! Will den Max mich da verarschen oder was? Hahaha. Ein Max ist ja zum Verstecken da und nicht zum Augenreiz. gut. Durch die Wand rettzen. Wuuuuh. Joa, wir haben sie mal hierher geschaut. Alter, so nuch... Oh! Geh um die Ecke! Ah, der Teamkollege versteckt sich, damit ich schön sterben kann. Ich hab da blöd reden, hat er natürlich nicht gemocht, aber das ist ein bissel... Die haben sich da eingegraben, da hinten das andere ist am besten eigentlich. Die Frage ist, sind da Ingeniers auch unterwegs, dann könnte ich nämlich eine Max buchen. Ich probier's. Max und wir nehmen die Minigun. Wir sind Veteraner, wir nehmen immer Minigun. Da kommt man davor, ohne beschossen zu werden. Das ist ein Max ein bisschen schwieriger. Sind wir uns überhaupt Ingeniers? Nope. Heavy, Leiste, Heavy, Heavy, Heavy. Da ist ein Thomas, oder? Da drüben könnte ein Ingenier sein. Wir testen's aus. TIRANIMOOOOO! Hm, okay. Mhm, okay. Wir gehen nach oben. Das geht ein bisschen mit dem Messer. Aber mit dem Max habe ich einen viel zu holen Radius. Ich würde den Kollegen treffen. Der sagt Wenn du ruhig kommst, dann weit vor ohne beschossen zu werden. Ein Fahrrad zuerst weg. Ja, der Panzer kommt. Komm ich nicht rein, ich Panzer. Gib mir Deckung. Danke Panzer. Dankeschön. Dauerfeuer. Das ist viel auszufüllen. Oh, das waren schöne Kopfschüsse für den Next. Next, du sollst dich bewegen. Habt hier Deckung. Da ist du. Naja, das ist was blöd, wenn man in den Weg läuft. Mit dem muss man rechnen. Hopp, 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 hopp. Hier kommt er nicht vorbei. Oh, da kann was Papier drin sein. Wenn er reinlässt. Denn die Lüge können es früher sehen. Gleich wie die. Wie sieht man es früher, kann man auch sehen. Aber wenn jemand ganz schnell wie der da im Weg läuft, dann sehe ich das nicht. Oh, gut, ich bin froh, als wäre es. Was ist denn der jetzt? Wie hier? Ich sitze da drauf. So bin ich hier. Jetzt kommt der. Verpiss die. Ich bin extra von unten rauf gegangen, damit ich drüber schießen kann. Und was tut der? Er steht sich vor mir. Hey. Gibt es da Ingenieurs? Hey. Hey. Wer will Punkte? Hey. Oh, da war eine Archer dabei. Schau, da war eine Archer dabei. Ups. Da ging es sehr schnell runter. Oh mein Gott, ist das Level 1, dass es so lange dauert. Ja, das bringt viel da. Schau mal die Perspektive an die her aus. Er müsste hier, dann trifft er wenigstens was. Aber hier? Nee. Hallo, hallo, hallo. Sind ja Punkte. Ich bin Punkte Farmer. Ihr müsst euch verlegen, das seht ihr schon. Da ist der mit der Archer. Da ist er. Auf wen schießen wir? Probiert er mir Kopfschüsse zu machen? Oder was ist denn los? Hey, ich treffe nichts. Doch, ich treffe was. Jetzt schießen sie auf mich. Reparatur. Ah, gut. Komm raus. Ah, nicht mehr schießen. Okay. Da hinten. Oh. 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 Warte. Komm, komm, komm. Nied. Wo ist raus? Teleporte ich. Ja, teleporte ich schneller. Nee, ist nicht schneller. Nee, ist nicht schneller. Haha. Ich will da ganz da oben rum. Äh, Vollriding. Waaahh. Hu, la, 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 la. ysłage guck. Ähh, zu wenig hoch. Aber das müsste auch funktionieren. AHH. Aaahhh. Bram. Hier war zu wenig hoch. Aber knapp zu wenig hoch. Ab war knapp zu wenig hoch. Funktioniert auch. Yeah. Ja. Lob, down. Und Feuer! Ich stehe aber komisch. Da ist ein aufgebauter Sandra. Zumal sind die Waffen tiefer unten. Die sind sehr nervös. Drängt sie drüüüüück! Ich gehe nicht mehr ab den gleichen Diefen. Das ist nämlich ein Reparatursandra. Ich sehe mal nix gerade. Die sind noch weniger so. Die Stocke vielleicht ist easy dort. So, haben wir einen Ingenieur. Okay. Ja. Sparstürmen! Soll ich holen? Ja, ich muss rauf. Da oben ist ein Ingenieur. Ingenieur! Ingenieur! Wo ist die drei? Ja, Munition geht da. Ist ja auch Ingenieur. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Ja, ich bin Backup. Also... sehr vor, zurück. Mit dem Ingenieur. Könnte ich da noch weiter zurückgehen? Nein! Nein! Ich bin bereit. Oh, Munition! Oh, ich bin bereit! Ja! Oh! 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 Vielen Dank für die Blumen! Da muss man halt die Überhitzung weg. So, noch ein bisschen warten. Tja, Dankeschön! Das war aber eine nette Tankstelle. Das passiert selten, dass man neben dem Fahrzeug ist und die tatsächlich reparieren. Ich habe nur gesehen, dass jemand im Rücksitz sitzt. Also dachte ich, oh, dem ist sicher langweilig. Okay, jetzt müssen wir wieder umrüsten. Ich glaube, wir brauchen jetzt wieder die Minigang. Warte, ist das das Gebäude da oben? Das ist aber sehr schlecht. Ich müsste die Klasse wechseln. Aber ich will die Max noch aufbrauchen. Der ist da zu fett, so hochzukommen. Warte, warte, warte. Ich will immer mit der Max versuchen, von oben nach unten, denn die Steuerung ist ziemlich hoch, also so viel wie möglich Kippe zu treffen. Die Max ist da. Irgendwo da ist schon da. Okay. Spellfeuer. Ich dachte, vielleicht kriege ich was. Puh. Nix gegen Max. Nix gegen Max. Nix gegen Max. Nix gegen Max. Ich bin nur meine Kollegen... Oh, no, 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 no. Helfen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Komm ich da irgendwo hoch? Oh, da komm ich hoch. Ich komm nicht ganz hoch. Verdammt. Blöd ist, wenn jemand mit C4 jetzt da ist. Oh, der ist schon da. Okay. In den Bergen. Aus den Bergen. Ja, da kommen die ja. So. Zwar habe ich tatsächlich noch nie mit der Max im Camp. Aber das wird auch. Ah, der ist schon da. Der ist auch da. Okay. Ich schieße also auf Leichen. Das war z.B. meine Schuld. Aber ich färbe da schon nicht. Oh, der darf ich binaxt. Sterb da si binaxt. Der darf ich binaxt. Ihr hofft, nicht aufzuschießen. Ich mag Sperrfeuer! Wo sind eigentlich die Engineers? Oh der ist down! Engineers! Sind die da hinten? Was wir haben nicht den Punkt? Ja! Jetzt verstehe ich warum wir den Punkt nicht haben. Eigentlich wiederbeleben lassen. Nö, wir haben die Max aufgebraucht. Eigentlich müsste man da aber, da ist viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig! Ich komme nicht mal von hier, hier rein mit der Zeit. Also nur rüber laufen. Das ist blöd. Das heißt, man kann hoffen, dass da ein Outfit... Oh, ein Outfit könnte hier gelandet sein. Denn wenn ein Outfit hier landet, da könnten sie tatsächlich reinpuschen. Was nehmen wir? Oh genau! Haben wir schon Ewigkeit nicht mehr. Ja, da sind ziemlich viel drin. Ich glaube, dass da ein Outfit gekommen ist und reingepusht hat. Jo, sieht da noch aus. Okay. Das heißt, oben sollten sie einfach nur noch halten. Warte. Wir, 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 wir... Wir gehen unseren Job nach. Such und zerstören! Wir haben bestimmt eine Sandra. Nein, die sind sicher mit der Galaxy gekommen. Wenn da drüben an Sandra wäre, würden wir jetzt schon Leute sehen. Also... sehr unwahrscheinlich. Und da sind das Fahrzeuge, da hätten sie die Leute auch gespottet. Also... auch sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, hier ist tatsächlich nur eine Galaxy gelandet. Verliegen! Das hat das Problem, wenn man aus Max unterwegs ist. Da ist man so abgelenkt. Wow! Okay, ähm... Hm... Das Leichte doch, Thomas. Leichte. Das ist der einzige Beacon. Also gehen wir auch hier runter. Ich weiß noch nicht, ob die Kollegen unten da oben sind. Die sind tot! Vermutlich sind sie alle unten. Also... Hm... Da drüben ist überhaupt die Bier. Hier ist das hier. Ah, der hat da einen Schießpack. Nice! Ja! Den triff ich natürlich nicht! Komm! Geht doch! Ich hab ganz ein Haufen Granaten! Ich hab ganz ein Haufen Granaten! Oh... Nö! Wir machen auch nichts! Die Max war überraschend! Eigentlich wollte ich den Spion weghauen. Wuhu! Wuhu! Für das ist das gut! Äh... Jau! Er hat mich liebrigerweise verfehlt. Ah... Ich seh nicht, ob da ein Max tut. Deswegen... Stressfeuer. Hm... Nein, Schuld! Ja... 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 Da drüben ist rausgedringelt! Uuuuuh... Ich weiß tatsächlich nicht... Ja, Heavy bräuchte man damit man den Sandrad zerstört und damit die Fahrzeuge zerstört werden. Komm, 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 komm! Eigentlich könnte man genau mit dem Alarm fertig spielen. Den da... 11 Minuten! Dann wird's... Video hat ein bisschen länger. Ja, machen wir! So... Ähm... Ähm... Die Fahrzeuge... Soll ich die... Ne... Die brauchen nicht so schön. Ich glaube, dass die... Ich hatte keine Zeit zum Visieren. Okay, Anti-Sniper-Sniper also. Hm... Lipp! Dann die Anti-Sniper-Sniper raus! Sniper mal die Sniper weg! So! Ich glaube... Oh ja, ich... Wusste... ... dass der hier wäre... Gleich... Komm, wer ist unsiegbar! Wo ist die Grenze? Hier! Ich bin den da! Ich bin den da! Ich bin den da! Ich bin den da! Okay... Jo- Da kann's Sniper an... Ganz oben ist er. Da da da! Gut... Lade nach! Das Angenehme an der Waffe ist, dass man nicht wirklich Umschalt halten muss, Luft anzuhalten an dem Visier. Sehr praktisch. Das ist auch der Grund, warum ich die Waffe bevorzuge mit dem Visier. Wenn man einfach wesentlich schneller fließen kann. Lade nach! Nicht nachladen, laufe ich immer in Deckung! Ich wollte aber nicht so weit in Deckung laufen. Ich ging nur da hinten rum. Feinde, die nicht stehen bleiben wollen! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Feck! Alter! Ich hasse! Ich hasse! Ich seh nicht! So, jetzt hin! Oh, ne! Ist nicht weiter gelaufen! Ich war nicht sicher, ist der jetzt da vorne oder da hinten? Bis ich mich entschieden hatte, war er schon wieder... Der ist ja noch nicht tot! Warum bewegt er sich nicht? Na, mit der Sniper geht's dir jetzt super! Einfach... vielleicht... Aber ja, ich habe ihn verzogen, ganz schön. Es kann sein, dass er in dem Moment rausläuft, dass mir schon ein paar Mal passiert. Oh, ich will hier ankommen! Haha! Nein, zu tief! Richtige Höhe! Ah, shit! Danke! Äh, warum läuft der nicht so komisch eigentlich? Hm, vielleicht... Okay, der kommt da... Ah, der läuft zurück! Ähm... Da hinten ist wer... Ah, da könnte er tot sein! Okay... Nein, da... Komm raus! Nein! Haha! Sitzen bleiben! Oh, da hinten war ja auch einer! Äh... Äh... Das sieht gut aus! Komm! Ich weiß, was ich botze zuerst jetzt! Immer in eine Richtung gehen, die sie nicht erwarten! Deswegen laufe ich rauf! Wenn sie erwarten, dass ich nach unten laufe! Okay, ich gebe denen ein bisschen Luft, glaube ich... und wechsle Position! Denn sie werden immer hierher visieren! Ah, da ist nicht immer in der gleichen Position! Komm, komm, komm! Ah, genau, wenn ich weg schaue! Ah, genau, wenn ich weg schaue! Ich wollte nämlich da schauen! Ah, den da! Oh, der war aber... Ich dachte, das sind eigentlich viele! Aber ich habe mich verfehlt! Oh, 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 oh! Ich und diese ist neidbar! Jo! Wir sind die Feinde! Ah, der ist nicht da in Deckung gelaufen, wie ich dachte! Ich dachte nämlich, dass er hier... äh... umlöschen kann, ganz knapp! Ah, da sind die Pape doch... Vorvor, noch ein Tor! Ich fühle mich aber hier nicht sicher. Oh, nice. Aber ich mag es trotzdem. Lauf da nach rechts, lauf in Deckung, wenn du nachlädst. Ich dachte, dass er nachlädt und deswegen nach rechts läuft. Da sind deine Macs! Ladena! Der Macrider ist aber ein Problem. Der schießt tatsächlich auf mich. Ich habe ihn nur auf der Karte gesehen wegen dem Sandra-Evada ein Problem. Und der schießt tatsächlich auf mich. Nein! Einen von den drei trifft ich schon. Ich habe jeden jetzt angeschossen oder was? Nächstes Mal angeschossen. Oh, nicht! Wen habe ich jetzt? Da! Fehlt! So langsame Movements verfehlen die. Aber wenn sie schneller bewegen, dann funktioniert es oder was? Da hoch und da rüber. Ich will nämlich unsere Flanke sichern. Unter uns. Was? Geht da unten in Deckung, Leute? Wo ist der? Wo ist der da hinten? Ich sehe keinen Weg. Da oben! Man schießt jemand zum Raketenwerfer. Da ist ja direkt einer vor der Schnauze. Ich habe verzogen. Ich habe verzogen. Ich habe verzogen. Ich habe verzogen. Da unten ist jemand hier. Nein! Nein! Super! Damit er aufladen kann. Ich wollte auch hier weiter irgendwie rein. Hm, cool. Jetzt. Ähm. Okay! Dritte Spiel! Nicht abschmieren! Das ist eigenartig, dass ich in Ewigkeit nicht mehr abgeschmiert habe. Also vielleicht über ein Jahr. Das ist eine Ewigkeit. Also wäre das jetzt sehr verwunderlich, wenn ich es jetzt abschließen würde. Dann wäre nämlich irgendwas am Computer schiefen, nicht am Spiel. Was ist denn? Na, lauf weiter! Nein! Da drüben, ich muss irgendwie dort drüben einen Zinser abstellen. Wo ich nur immer sehen bin, wenn jemand vorbeiläuft. Na, Verzinser abzeichen? Was habe ich jetzt schon wieder getan? Ich habe ja gar nichts getan! Ah! Ich hätte ja auf die Karte schauen sollen. Nein, würde ich wissen. Das sind ja mehr als nur ein Panzer. Ich glaube, wenn sie so schnell bewegen, funktioniert es. Aber wenn sie so langsam, das funktioniert einfach nicht. Tschüss. Oh, 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 oh. Da, da, genau. Ich wirklich weiß, ob ich da einen Sensor oder die sind die Welt verwarzt, finde ich. Aber sie liefen mich was, das ist das Problem. Ich muss die Porten, damit sie liefen wird, da ein Next. Oh Gott, das könnte sehr, das kann sein, hier vorzugehen. Oh, ah. Die Panzer, die machen wir so. Und ich will wieder da hoch. Und dazu muss man die Runde laufen. Hier, 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 hier. Anderser, und hier. Denn hier habe ich jetzt ein wesentlich besser und wie viel. Ich glaube, dass die da unten das andere haben. Und das ist sogar gut. Wenn, dann gehen sie direkt in unser Sperrfeuer. Oh, aber schlecht, wenn es so leicht geht. Und das ist gut. Entweder darauf, oder... Oh, ich glaube, entweder... Oh, nein. Ich sollte von einem auslösen. Warum jedes Mal? Da kannst du. Wenn er immer gleich läuft, dann geht's. Dann kann man berechnen, wie er läuft. Ich gehe doch da rauf. Denn... Ne, da geht's ja nicht rauf. Da geht's rauf. Da, 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 da. Denn so habe ich hier Deckung. Und da kann ich... Auf die Seite doch verschilltieren. Alter, die... Der Mond, der blendet die zu viel. Ich sehe einfach gar nichts. Ich weiß, da ist was, aber... Das schiebt ja nicht auf mich. Das ist nur nett. Okay, jetzt haben wir einen definitiven Nachteil. Zumindest ich. Ich weiß nicht, ob da ein Baum ist, oder nicht. Ich sehe da gar nichts. Hm, ist nicht zu gut. Och, du Kacke. Danke, Kollegen. Geh hoch. Wow, da drüben ist ja viel los. Okay. Ah, die sind schon außen rum gekommen. Die haben nur den Punkt eingenommen. Aber der Alarm ist ja gleich vorbei. Also... Wir versuchen es weiter. Ich habe so, dass die Miete gefühlt, dass ich gleich da komme. Deshalb... Sensor auf und... Ich will jetzt mit der Waffe nichts mehr innen. Ich will wieder mal mit der Waffe spielen. Komm ich auch hier hoch, weil da vorne ist mir zu gefährlich, da ist es mir zu gefährlich, aber ich bin Spion, ich kann die Schatten, nein, 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 das kann sein, okay, 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 ja komm hoch, das Symbol nervt zwar, aber, da unten, okay, glaube ich, wir sterben sowieso, das sind zu viele Feinde, die können zwar einzelne rausbecken, aber nur einzelne, nein, du schießt nicht auf mich, okay, wir würden auch sagen, damit sieht man sich im nächsten Video, Servus! . . Untertitelung des ZDF, 2020